Und damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen die Zuschauer zu einer neuen Folge der Chefsache Business Lounge aus dem schönen Luitpold Park in Lindau. Unser Thema heute ist der eingetragene Kaufmann, eine aussterbende Spezies. Trigema ist sicherlich eines der bekanntesten Unternehmen, welches wir in Deutschland haben. Ungewöhnlich nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Unternehmer. Denn die sogenannte Unternehmensform des eingetragenen Kaufmanns bedeutet nichts anderes, als dass derjenige, der an der Spitze steht, für alles haftet. Er ist der wohl bekannteste eingetragene Kaufmann Deutschlands, Textilproduzent Wolfgang Grupp. Ein Werbespot vor der Tagesschau mit einem sprechenden Schimpansen steigert den Bekanntheitsgrad seiner Firma enorm. Hinzu kommen diverse Auftritte in Talkshows. Wolfgang Grupp spricht Klartext. Er ist ein Mann der einfachen Wahrheiten, ist emotional und unterscheidet sich deutlich von den ziemlich öffentlichkeitsscheuen Vorständen deutscher Unternehmen. Und auch von der Unternehmensform unterscheidet sich Trigema von den meisten anderen AGs, KGs und GmbHs. Denn Grupp haftet mit seinem Privatvermögen. Bedeutet, geht Trigema-Pleite, steht er vor dem Nichts. Das ist das Risiko des eingetragenen Kaufmanns. Diese Rechtsform ist zwar in Deutschland am meisten verbreitet, doch bei einem Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern eher die Ausnahme. Im Gegenzug genießt der Inhaber Wolfgang Grupp viele Freiheiten. Er ist niemanden Rechenschaft schuldig, muss keine Bilanzen oder noch schlimmer Quartalsberichte veröffentlichen. Damit kann die Firma, damit kann Wolfgang Grupp offenbar gut leben. Die Vorteile überwiegen, sonst wäre Trigema wohl nicht 100 Jahre alt geworden. Ja und jetzt ist er bei uns. Er fliegt in der Regel seine Filialen mit einem Helikopter ab und ist auch mit dem Heli heute hier. Herzlich willkommen, Wolfgang Grupp. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Ja und bekannt aus vergangenen Sendungen Karl Christian Bay, unser Wirtschaftsexperte und Jurist. Auch für Sie einen Applaus. Danke sehr. Ja, lieber Herr Grupp, wie laufen denn aktuell die Geschäfte? Man hört ja immer wieder, Mensch, in Deutschland die Kleiderschränke, die sind voll. Da kann man doch eigentlich nichts mehr verkaufen. Da haben Sie im Prinzip recht. Die Kleiderschränke sind auch voll, aber wir haben immer noch die Damenwelt, die trotzdem, auch wenn sie nicht mehr zugehen, die Schränke sich ab und zu mal was gönnen. Und davon muss ich leben. Ich sage mal, wenn die Geschäfte schlecht laufen würden, dann sage ich immer, wenn sie bei mir schlecht laufen, dann bin ich selbst schuld. Denn meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass nicht nur in den Hochgeschichten sozusagen die Geschäfte gut laufen, sondern dass auch in schwierigen Zeiten das Geschäft so läuft, dass meine Mitarbeiter den garantierten Arbeitsplatz haben. Sind Sie zufrieden mit dem Geschäftsverlauf von Trigema? Auch mal über Jahrzehnte hinweg betrachtet, es ist ja viel passiert in den letzten Jahren. Ich bin immer zufrieden, denn wenn ich nicht zufrieden war, dann habe ich es versucht zu ändern. Und da ich im Prinzip ungern Geld verliere, habe ich so gearbeitet, dass ich in meinen jetzt 49 Jahren sozusagen nie eine Bilanz negativ abgeben musste. Sie stehen mit dem persönlichen Vermögen hinter dem Unternehmen. Hatten Sie niemals Angst, gerade in einer Phase, wenn es vielleicht mal schlechter läuft, dass es Ihnen wirklich an den Kragen gehen könnte? Die Angst könnte ich haben, aber als ich in die Firma kam, dann hatten wir selbstverständlich eine GmbH und Co. KG. Mein Großvater, der Gründer, hatte damals nach dem Wirtschaftswunder selbstverständlich eine KG, eine vollhaftende Rechtsform. Und das waren die, die das Wirtschaftswunder geschaffen haben. Das waren persönlich haftende Unternehmer. Die wussten, dass wenn sie selbst eine Fehlentscheidung treffen, dass sie als Erste in der Verantwortung stehen. Und das war für mich natürlich der typische elitäre Kaufmann, der im Prinzip selbst für seine Fehler auch gerade steht. Und das hat sich massiv geändert. Auch mein Vater als Schwiegersohn hat dann eine GmbH und Co. KG eingerichtet, weil er im Prinzip natürlich immer noch größer werden wollte. Und der Drang nach mehr hat natürlich dann das Risiko gesteigert. Und dann hat man umgewandelt. Und da ich das kritisiert habe, wurde ich einmal angesprochen, warum ich eigentlich immer die persönliche Haftung verlange, selber aber eine GmbH und Co. KG hätte. Und da ich keinerlei Bankkredite hatte, denn die habe ich zurückbezahlt, die Schulden meines Vaters 75, und seit der Zeit nie mehr mit einer Bank über einen Kredit gesprochen. Habe ich gesagt, die Frage ist berechtigt und bin nach Hause und habe gesagt, ich wandle und dann habe ich mich für die EK-Geschichte entschieden. Aus Ihrer Sicht, Karl-Christian Bayer, ist das sinnvoll, was der Wolfgang Grupp dort macht? Sie selbst sind Chef von einer GmbH. Warum sind Sie nicht eingetragener Kaufmann? Bei uns ist es standesrechtlich gar nicht möglich. Das Standesrecht der Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer lässt die Rechtsform eingetragener Kaufmann gar nicht zu. Und um die Frage vollständig zu beantworten, aus der Beratersicht würde man wahrscheinlich all die Erwägungen, die Ihre Familie und Ihre Vorfahren schon angestellt haben, in den Vordergrund rücken und würde sagen, ja, es gibt andere Rechtsformen, bei denen man gegebenenfalls einen Haftungsschirm entwickeln kann. Nur ich glaube, die Besonderheit an Trigema und an der Person von Herrn Grupp ist ja gerade, dass es eine Einheit ist zwischen dem, was das Unternehmen ausmacht und zwischen dem, welches Selbstverständnis in dem Fall auch Herr Grupp als Kaufmann transportiert. Würden Sie denn sagen, dass der Erfolg von Trigema darin rührt, dass genau dieses Konstrukt so gebildet worden ist von einer Person wie Wolfgang Grupp und dem Geschäftsmodell und dem eingetragenen Kaufmann? Da spricht sehr vieles dafür. Also aus meiner Sicht ist in dem Fall tatsächlich die Authentizität zwischen Aussage und eigenem Verhalten gewährleistet in einem hohen Maße. Es ist auch eine unternehmerische Verantwortungsübernahme mit hohem Risiko, die man vielfach gerade bei Fremdgeschäftsführungsorganen so gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist ja auch, glaube ich, eine Kritik, die Sie in anderen Zeiten geäußert hatten über Fremdgeschäftsführung. Und das ist schon tatsächlich der Kaufmann, den wir uns ursprünglich mal vorgestellt hatten, als wir über ehrenwerte Kaufleute gesprochen hatten. Ja, und da müssen wir natürlich erst mal die gesamte Wirtschaft in Deutschland betrachten, andere Unternehmen und was dort so läuft. Geht Ihnen da das Messer im Sack auf, wenn Sie sehen, was die Wirtschaftslenker in Deutschland so machen, die eben keine eingetragenen Kaufleute sind? Das würde ich nicht mal so sagen. Das ist ja denen überlassen, wenn der Gesetzgeber zulässt, dass man andere Rechtsformen haben kann und dass man zulässt, dass man Größenwarnspielen treiben kann oder dem Größenwarn dienen kann. Und wenn es gut geht, kassiert man selbstverständlich. Und wenn es schlecht geht, kann man problemlos den Bettel hinschmeißen. Dann darf ich dem, der das tut, keinen Vorwurf machen. Ich muss dem einen Vorwurf machen, der das zulässt. Und das ist natürlich für mich fatal, wenn Sie sehen, dass ich persönlich hafte in meinem gesamten Privatvermögen, aber die gleiche Steuer bezahle wie jeder, der nicht haftet. Dann ist das so ähnlich, wenn Sie fragen, was kostet Selbstbeteiligung, die Versicherung und was kostet die Vollkasko. Wenn die Prämien gleich sind, dann wird jeder nur noch Vollkasko machen. Und das ist das, was in der Wirtschaft geschieht. Man wird vom Wachstumsidee getrieben und will noch mehr und immer noch mehr. Und wenn es schief geht, dann macht man mal schnell Insolvenz. Jetzt hat man auch noch die Eigeninsolvenz gemacht. Das heißt, ich habe gerade in der Nachbarschaft, wurde letztes Jahr ein Pressebericht abgegeben, der Zeitung. Und da haben die dritte Generation positiv von sich gegeben, wie gut es ihnen geht und dass es alles bestens läuft. Und sie hätten Glück gehabt, dass sie vier Jahre zuvor in der Insolvenz 80 Millionen Ballast abwerfen konnten. Das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen, dass man sagt, man hat also Versagen sozusagen auf die Gläubiger verteilt oder auf die Steuerzahler. Und die Mitarbeiter sitzen vielleicht in Hartz IV, die man nicht mehr brauchte. Und selbst geht es einem Blenden, geht es wunderbar. Die, die die Fehler gemacht haben, denen geht es wunderbar. Das erleben wir ja überall bei großen Insolvenzen immer. Ich sage mal, auch wenn sie im Prinzip ihre eigenen Geschäfte in Insolvenz machen, dann können sie anschließend bei Air Berlin mitsteigern und so weiter. Oder ein Niki Lauda, der auch eine Air in Insolvenz geschickt hat, der hat genügend Geld, um anschließend zu steigern. Das ist für mich nicht der ehrbare Kaufmann. Ich kann von meinen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie für mich sozusagen sich einsetzen, wenn ich mit Selbstverständlichkeit meine Fehler auf meine Mitarbeiter, dass sie sie ausbaden müssen. Und der Steuerzahler erst recht nicht. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber so ist die Welt. Deshalb ist das Wirtschaftswunder von ehrbaren Kaufleuten gemacht worden. Und damals hat es funktioniert. Und damals war es eine Schande, sozusagen Konkurs zu machen. Heute ist das sozusagen eine ehrenwerte Geschichte. Wir laufen den Amerikanern nach. Selbst der Präsident hat sechsmal eine Milliarden Pleite gemacht und ist Präsident geworden. Verstehen Sie? Das heißt es, ehrenhaft Insolvenz zu machen. Deshalb dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser einst mal so gelobtes Wirtschaftsland irgendwann ein Riesenproblem bekommen würde. Denn das ohne Haftung und Verantwortung für das, was man tut, wird unsere Welt nicht glücklicher werden. Das müssen wir natürlich noch einordnen. Was man machen darf, heißt ja nicht automatisch gleich, dass man es auch machen muss. Wir müssen über Ethik und Moral auch im Wirtschaftsleben sprechen. Deshalb, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei der Chefsache Business Lounge. Wir unterhalten uns heute über das Thema der eingetragene Kaufmann, eine aussterbende Spezies. Zu Gast im Studio ist Wolfgang Grupp, Chef von Trigema. Ja, und wir haben gehört, Wolfgang Grupp regt sich zu Recht auf, was da zum Teil so in der Wirtschaft passiert. Fernab jeglicher Ethik und Moral werden Boni einkassiert, Unternehmen an die Wand gefahren. Was läuft da eigentlich schief? Also wenn wir auf das angesprochene Insolvenzrecht schauen, dann ist das Insolvenzrecht tatsächlich jetzt davon geprägt, dass man eigentlich einen möglichst nicht stigmatisierenden und möglichst einfachen Weg aus der Insolvenz heraus begreifen wollte. Das führt tatsächlich zu Fehlentwicklungen. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Es ist tatsächlich noch nicht ganz bei Chapter 11, also bei dem US-amerikanischen Insolvenzrecht angekommen. Es hat aber die ähnlichen Grundzüge und die Motivationslagen haben sich tatsächlich deutlich verändert. Ich glaube aber, dass gerade eine Insolvenz in den vergangenen Jahren vielleicht doch auch das Denken über Insolvenzen nochmal nachhaltig beeindruckt hat. Und das ausgerechnet ja die eines eingetragenen Kaufmanns, also der Anton-Schlecker-Insolvenz, bei der man gesehen hat, es ist doch nicht ganz so einfach, den Ausgleich zwischen den Gläubigerinteressen auf der einen Seite und einem doch in dem Fall sehr, sehr dynamischen und auch gewollt dynamischen Wachstum irgendwo auszugleichen über die private Lebenssphäre. Was hat denn ein Anton-Schlecker aus Ihrer Sicht falsch gemacht? Er hat nichts falsch gemacht. Er hat es bewusst gemacht. Wir müssen nur da, das, was Sie sagen, wäre im Prinzip in der Theorie richtig, aber er konnte ja gar nicht anders. Anton-Schlecker hat im Prinzip ein Schneeballsystem getrieben und konnte im Prinzip seine EK nicht ändern, denn dann hätte er eine Bilanz veröffentlichen müssen und dann hätten ihn seine Lieferanten, hätten erkannt, dass er im Prinzip sie bezahlen lässt, was sein Schneeballsystem ist. Und dann hätten die das früher eingestellt und dann wäre die Firma früher pleite gegangen. Deshalb sage ich, er musste eine EK haben, um keine Bilanz zu haben. Das ist ein ganz anderer Fall. Sie haben sonst keinen EK, der irgendwo in diese Sphären kam, dass er im Prinzip an die Insolvenz rankam, weil die EKs natürlich verantwortungsvoller handeln, weil sie wissen, dass sie als Erster in der Problematik sind. Und deshalb ist die Verantwortung mit der persönlichen Haftung ganz anders verbunden, als wenn ich sage, ich kann pokern, geht's gut, wird kassiert, geht's schlecht, dann schweiß ich mal schnell hin, mach eigene Insolvenz und bin anschließend, wie ja Berater, Kollegen von Ihnen gesagt haben, sogar noch reicher, wenn sie richtig beraten werden. Das ist fatal und solange wir das in unserem Land haben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser einst so gerühmtes Wirtschaftsland, unsere Großväter, die das Wirtschaftswunder geschaffen haben, würden sich im Grab umdrehen, wenn man sieht, was jetzt im Prinzip daraus geschieht. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor ist die Substanz. Also man wächst entweder aus der eigenen Substanz oder aber man kreiert Schneeballsysteme oder Ähnliches und dann mutiert die Rechtsform natürlich schon in letzter Instanz zu einem Risiko. Also Stand heute würden Schleckers wahrscheinlich doch über den eingetragenen Kaufmann und über die Vermögensverschiebungen, die ja transparent geworden sind, anders nachdenken. Aber ich bin vollkommen bei Ihnen. Man hat sich von der Substanz gelöst. Man hat nicht mehr auf die Innenfinanzierungskraft des Unternehmens geachtet, sondern hat angefangen, immer größere Räder zu drehen. Und in dem Fall wird dann die Rechtsform tatsächlich auch gefährlich, weil es halt kein ehrbarer Kaufmann mehr ist. Haben Sie denn auch mit anderen eingetragenen Kaufleuten Kontakt? Sind das ähnliche Kaliber wie Sie oder wo würden Sie diese Menschen einordnen? Also ich habe selbst im Textilgeschäft jetzt nicht mit anderen Kaufleuten dieser Art diesen geschäftlichen Kontakt. Aber ich habe indirekt ja mit vielen eingetragenen Kaufleuten Kontakt, wenn Sie den kleinen Handwerker nehmen oder viele kleinere Betriebe, die ja gar nichts anderes kennen als persönlich oder Eigenfirmen sind. Die haften ja alle persönlich. Und da ist es auch so, dass die im Prinzip auch Handwerkerbetriebe, die ja voll, sagen wir mal, auch existent sind und von Generation zu Generation weitertragen. Immer nur da, wo der Größenwahn am größten ist und wo das Wachstum ganz vorne hingestellt wird, da wird natürlich abgesichert und da wird es dann am gefährlichsten. Was muss ich denn mitbringen, um jetzt eine Unternehmensform wie den eingetragenen Kaufmann auch tatsächlich gut praktizieren zu können? Sie selbst bzw. Ihre Eltern kommen ja auch aus der Textilbranche, die sich vor einigen Jahrzehnten ziemlich unter Druck gefunden hat, ähnlich im Prinzip wie heute. Aber Ihre Eltern haben sich entschieden, nicht das Geschäft fortzuführen. Tatsächlich ist damals der großväterliche Textilbetrieb veräußert worden. Das hat sich zugetragen Anfang der 70er Jahre. Da war die Textilindustrie in Deutschland in der ersten fundamentalen Krise. Das hat sehr viele Stricker- und Textilfabrikanten gerade in dem Umfeld Stuttgart-Südlich betroffen, wo eigentlich die Hochburg ja auch der Strickerei war. Meine Großeltern haben die Entscheidung getroffen, wurden damals sehr belächelt und mit sehr viel Unverständnis eigentlich auch konfrontiert. Faktisch hat es aber fast alle Strickereien in diesem näheren Cluster dann letztendlich mehr oder weniger betroffen. Und welche Eigenschaft muss nun ein eingetragener Kaufmann haben, dass er auch durch eine solche Rezession durchgeht? Ich glaube, ein Kaufmann zeichnet sich tatsächlich neben einem ethischen Wertegerüst, über das man sicher sich im Klaren sein muss und das überhaupt mal die Basis ist, dadurch aus, dass er unternehmerische Risikofreude nimmt. Das ist ein wesentlicher, aus meiner Sicht ein wesentlicher Charakterzug von erfolgreichen Kaufleuten, dass sie in der steten Abwägung zwischen Chance und Risiko eher die Chance sehen, als das Risiko in den Vordergrund stellen. Würden Sie sich auch selbst so einstufen, Herr Krupp, dass Sie risikobereit sind? Oder verstehen Sie einfach Ihr Geschäft und sagen, ich weiß halt, wie es am besten läuft? Das wäre fatal, wenn ich behaupten würde, ich weiß, wie es am besten läuft. Aber meine Aufgabe ist es, konstant den Wandel der Zeit zu erkennen und diesen Wandel mitzumachen. Und das haben eben meine Kollegen oder auch vielleicht dann Sie, Sie sind ja eine andere Branche, Sie sind Flachstricker und wir sind Strickerei, Wirkerei. Das heißt, Sie haben Pullover gemacht in diese Richtung. Wir machen wie Wäsche und Jogginganzüge und so weiter. Das ist eine ein bisschen andere Branche. Unsere Branche ist ja dann auch bei Ihnen in der Nürtingen Umgebung die Flachstrickerei. Und bei uns im Württembergischen, im Schwäbischen Alb, da war die Strick- und Wirkerei. Und der Wandel ist ganz wichtig. Und ich musste erkennen, ich habe viermal alle meine Kunden ausgetauscht. Man muss sich das einfach mal auf der Zunge vergehen lassen. Sie wurden genannt Kaufhauskönige und Versandhauskönige. Dann kann man doch viel Geld machen. Warum haben Sie die ausgetauscht? Natürlich, wir haben auch viel Geld mit denen gemacht. Aber als ich merkte, dass die die Versager waren, meine Kunden waren die Versager und haben meine Branche kaputt gemacht. Nur meine Kollegen, die sich haben kaputt machen lassen, haben nicht Nein sagen können. Man muss bei einem Kunden auch mal, wenn Forderungen gestellt werden, Nein sagen. Und dann ist es meine Aufgabe, neue Kunden zu suchen. Und das ist eben das Schwierige. Und das ist eben manchmal das, was viele scheuen. Ich bin von den Kaufhauskönigen, Versandhauskönigen, die die Platzhirsche waren, gewandert zu den SB-Kunden. Die hat damals, als ich entschieden habe, sie zu beliefern, hat einer, der versucht hat, eine Marke zu machen, die SB-Kunden nicht beliefert. Und ich habe nie die Arroganz besessen, zu sagen, der will zwar bei mir eine große Stückzahl kaufen, der will auch den Preis bezahlen, aber sein Gesicht gefällt mir nicht. Die Arroganz habe ich nicht besessen. Sondern ich habe immer gesagt, wer meinen Preis bezahlen will und mir einen großen Auftrag geben will, der kriegt Ware. So habe ich als erster die SB-Kunden beliefert mit meiner Marke Trigema. Und als die dann auch billiger wollten und ich dann wieder Nein sagen musste, dann kamen die Discounter, die im Prinzip auf den Non-Food-Sektor kamen. Und dann hat Aldi bei mir angefragt, 300.000 Unterwäscheteile. Und ich habe noch nie so eine Anfrage bekommen. Und dann habe ich einen Termin gemacht. Und als ich meinen Termin dort hatte, habe ich meine Visitenkarte vorgelegt. Der Einkäufer guckte die an und sagte, wie, Sie sind der Inhaber und kommen selbst. Und da habe ich mal gewusst, wie arrogant auch Unternehmer sein können. Der hat mir gesagt, Herr Grupp, Sie sind der Inhaber und kommen selbst. Andere haben abgesagt, Discounter wird nicht beliefert mit meiner Marke, machen wir nicht. Und wenn einer dann keine so starke Marke hat, dann hat er maximal einen Vertreter geschickt. Und dann war Aldi mein größter Kunde. Und als ich mit denen 36 Millionen gemacht habe und die dann zu Recht sich nicht abhängig machten von der Marke Trigema, sondern gesagt haben, Aldi Nord und Süd zusammen waren die 36 und zuerst Aldi Nord kam und sagte, er wird eine Eigenmarke machen. Vollkommen in Ordnung. Haben wir uns fair getrennt. Ich habe gesagt, ich mache sie, aber nicht zu den Preisvorstellungen, die er sie wollte. Dann wusste ich, dass ich eben jetzt wiederum neue Kunden suchen musste. Und dann habe ich erkennen müssen, dass in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft sozusagen der Produzent endlich auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen muss, damit er sie nicht total abhängig macht von irgendwelchen übrig gebliebenen Kunden. Denn dass die Kaufhauskönige Pleite machen, Karstadt, Hertie, Horten, dass die Versandhäuser, Quelle, Neckermann, man hätte das nie sich vorstellen können vor 30 Jahren, dass ein Quelle Pleite macht und so weiter. Und heute sind wir, machen wir zwei Drittel der Produktion, die wir produzieren, muss ich selbst verkaufen, direkt an den Verbraucher. Einmal über eigene Geschäfte und einmal über einen sehr starken Online-Shop. Aber wie realistisch ist denn das, Herr Weil, dass auch Kunden abgelehnt werden können von einem Mittelständler? Also wechseln wir jetzt mal die Branche, wechseln wir von Textil mal zu der Automobilbranche. Schauen wir einfach mal in unsere Region. Es gibt unglaublich viele Automobilzulieferer, die genau von diesen Einkäufern getriezt werden, die abhängig sind von großen Auftraggebern, wie die großen Automaten, die wir haben. Besteht überhaupt die Möglichkeit, dass man ablehnen kann? Für einen Automobilzulieferer stellt sich ein ganz anderes Problem. Der kann nur an einen OEM, also an einen Hersteller, liefern. Der hat kein Endkundengeschäft. Also da gibt es nicht die Möglichkeit, einen Endkunden direkt zu bedienen. Ich fange mit einer Fahrzeugkomponente, mit einem Lenkrad oder mit einer Schaltkulisse einfach noch nichts an. Also ich brauche in der Funktion des Vorlieferanten immer denjenigen, der das Produkt auch herstellt. Insofern hinkt der Vergleich etwas. Es wäre denkbar, dass der Endkundenvertrieb bei konsumentennahen Produkten immer eine Alternative ist zu einem Zwischenhändler. Aber letztendlich sind ja die Grossisten in dem Fall, also die Versandhändler, die Kaufhäuser auch nur, die Zwischenhändler gewesen gegenüber dem Endkunden. Also ich sehe das nicht ganz so. Also erstens mal muss ich jetzt sagen, auch wir haben keine Marke gehabt. Ich hatte, als ich in die Firma kam, hieß Trigema, heißt Trikotwaren, Fabriken, Gebrüder Mayer. Und wir haben nie, Trigema gab es nicht, sondern wir haben geliefert unter dem einen Etikett Karstadt, unter dem einen Etikett Horten, wir haben die Hausmarken gemacht und haben die Hausmarken für die Kaufhauskönige, Versandhauskönige gemacht. Und ich habe dann gesagt, es kann nicht sein, dass ich konstant Füße küssen muss, damit ich noch einen Auftrag kriege und habe versucht, die Marke zu machen. Und das musste im Prinzip gemacht werden. Das heißt, ich habe dann ein Eigenprodukt gemacht. Und deshalb sage ich, wer sich als Automobilhersteller natürlich sagt, er müsste irgendwann vielleicht etwas machen, wo er elitär ist. Das hat mir ja gefallen, dass es einen Automobilzulieferer gab, der im Prinzip VW, glaube ich, was blockiert hat, wo die dann plötzlich Probleme hatten. Der hat seine Stärke ausgespielt und das hat mir imponiert, dass er auch mal Nein sagte und nicht jedem Preis die Tat nachgibt. Und deshalb, ich brauche meine Kunden, ich schätze meine Kunden, aber irgendwo muss ich meinen Kunden einen Vorteil bieten, damit sie mich nicht behandeln, so wie wenn sie mich nicht brauchen. Und solange der Kunde bei mir einen Vorteil hat, wird er mich nicht erpressen. Erst wenn ich ihm keinen Vorteil mehr biete, das ist in der Ehe auch so, wenn sie ihrer Frau keinen Vorteil mehr bieten, dann ist das sehr schwierig geworden. Und deshalb sage ich, muss ich auch einen Vorteil bieten und der Kunde muss bei mir einen Vorteil haben und ich muss bei ihm einen Vorteil haben. Und deshalb sage ich, wenn ein Trump ein Freihandelsabkommen einfach aufgibt, dann entweder stimmt in dem Freihandelsabkommen nicht, wenn er die Vorteile nicht hat und nur wir Europäer Vorteile, wird das auf Dauer nicht funktionieren. Beide müssen gleich ähnliche Vorteile haben, damit sie interessiert sind, diese Vereinbarung auch in der Zukunft weiterzumachen. Die Benachteiligten momentan, wenn man jetzt nochmal bei der Automobilbranche bleibt, da sind ja jetzt die Kunden. Was sollen die denn jetzt Ihrer Meinung nach machen? All diejenigen, die jetzt Autos gekauft haben, die im Prinzip vielleicht nichts mehr wert sind oder mit denen sie nicht mehr in die Städte reinfahren können? Ja gut, ich meine, das wird ja geklärt von der Politik. Wenn ich sage, ich kaufe ein Auto und nach kurzer Zeit heißt, das darfst du nicht mehr fahren, dann hat mir ja einer etwas verkauft mit einem Versprechen, was er nicht einhält. Das sehe ich anders, aber das müssen Sie nicht mich fragen. Ich komme ja nicht aus dieser edlen Branche, sondern ich komme ja aus der notleidenden Textilbranche und versuche da die Probleme zu lösen. Ich sage mal, um ein bisschen den Kunden Vorteile zu bieten, muss ich zum Beispiel im Prinzip Qualität haben. Das ist ganz wichtig, made in Germany. Und deshalb sage ich, haben wir auch noch eine sehr starke Flexibilität. Das heißt, ich habe heute bei 1200 Arbeitsplätzen keinen Auftrag für morgen. Es kauft bei mir kein einziger Kunde heute und sagt, ich möchte im August immer sofort. Das kann 14 Tage dauern, das kann drei Wochen dauern, das kommt darauf an, was er will. Und wir liefern, und das kann der Chinese nicht. Ich muss etwas haben, was meine Konkurrenten eben nicht in der gleichen Form haben. Und das ist eben eine Flexibilität oder eine entsprechende Qualität. Und deshalb ist auch eine Frage der Größe. Wenn ich morgen 5000 Leute beschäftige oder 10.000, dann ist das vorbei. Nur die Frage ist, brauche ich für meine Familie diesen Größenwaden, dass ich immer größer und größer werde, um anschließend Investoren reinzunehmen. Ich habe mal gesagt, bevor ich nun Aufsichtsräte, meine Füße küsse, küsse ich sie ausschließlich meiner Frau und nicht den Aufsichtsräten. Denn ich sage mal, das sehe ich nicht ein und das erleben wir in diesen Betrieben. Immer größer und am Schluss muss jeder Fragen, Investoren reinnehmen. Und dann ist die Selbstständigkeit nicht mehr gegeben. Und das Entscheidende bei mir ist, dass ich innerhalb von einer Sekunde entscheiden kann. Und das können die meisten nicht mehr. Sie müssen fragen und tun. Wir müssen aber natürlich auch darüber sprechen, was ist, wenn sie nicht mehr sind. Also Stichwort Unternehmensnachfolge. Stichwort auch Ihre Familie. Wie wird das Unternehmen fortgeführt? Es ist 100 Jahre alt. Es soll möglicherweise auch 200 Jahre alt werden. Welche Antworten Sie auf diese Fragen haben? Darüber möchten wir gleich sprechen. Von daher, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei der Chefsache Business Lounge. Im Studio ist Wolfgang Grupp. Er haftet mit seinem gesamten Privatvermögen für sein Geschäft. Man sagt auch, er ist ein eingetragener Kaufmann. Ja, wie sinnvoll eine solche Unternehmensform ist, darüber sprechen wir unter anderem heute. Vor allen Dingen haben wir bis jetzt auch gelernt, lieber Herr Grupp, dass du vor allen Dingen dein Unternehmen kennen solltest, wenn du eingetragener Kaufmann bist. Was man ja nicht unbedingt von vielen Wirtschaftsleuten immer behaupten kann. Das weiß ich natürlich nicht. Aber es gibt sicher welche, die das Unternehmen nicht von Pike auf gemacht haben und damit natürlich auch nicht kennen. Sie werden von oben hereingesetzt und müssen innerhalb von einem Jahr das Unternehmen kennenlernen. Das ist sicher sehr schwierig. Und deshalb sage ich, wenn die Unternehmer, die, ich sage mal, das Unternehmen gegründet haben, das waren die Unternehmer, die auch gerne gehaftet haben, weil sie das Unternehmen natürlich kannten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man im Unternehmen aufgewachsen ist. Für mich ist es wichtig, dass man, ich saß schon mit zehn Jahren einer Näherin auf dem Schoß und die dann gesagt hat, du gibst mal den Juniorchef oder den Chef. Ich sage mal, das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb sage ich, auch die Kinder müssen natürlich rechtzeitig in ein Unternehmen hineingeführt werden. Und dann ist das selbstverständlich, dass das auch entsprechend weitergeführt wird. Wie würden Sie es denn einschätzen, Herr Bay? Haben oft die Wirtschaftslenker, die Unternehmen an die Wand fahren, einfach zu wenig Detaileinblicke und managen halt irgendwas? Es ist völlig wurscht, was letztendlich der Unternehmenszweck ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich den Unterschied zwischen Unternehmern und Managern. Also das sind auch andere Verhaltensweisen, das sind andere Treiber, das sind auch andere Charaktere. Jetzt ist die Frage, wie viel Unternehmer verträgt ein Konzern? Ein Konzern braucht eine gewisse Managementkompetenz aufgrund der Größe, aufgrund der Schwerfälligkeit, aufgrund der Strukturen. Aber dafür fehlt dann umgekehrt teilweise das unternehmerische Gehen und wird in zu langförmigen, zu gleichförmigen Entscheidungen abgewickelt. Und umgekehrt kommen eben Unternehmer auch vielleicht an Grenzen der Größe, an Grenzen der Unternehmensstruktur und müssen Verantwortung anders verteilen, müssen Verantwortung anders delegieren. Irgendwann ist ja auch biologisch betrachtet Schluss. Sie können nicht ewig leben, Herr Krups, Sie sind jetzt über 70. Nein, nein, ich bin 76. Ganz genau, über 70. Und das heißt also, haben Sie sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Sie aufhören? Oder werden Sie das machen bis zum bitteren Ende? Ich habe Gedanken gemacht, dass ich aufhöre, brauche ich nicht. Das ist bestimmt ein anderer. Aber ich sage mal, der, der über mir ist und das Schönste im Leben ist, nicht unbedingt Geld zu zählen. Das Schönste im Leben ist, von anderen das Gefühl zu bekommen, noch gebraucht zu werden. Und dieses Gefühl bekomme ich bei mir zu Hause in der Firma oder in meiner Familie. Von Ihren Mitarbeitern? Von meinen Mitarbeitern oder von meiner Familie. Und solange das da ist und man nicht lästig wird, wäre es fatal, wenn man sagt, man übergibt jetzt oder geht raus. Und ich kann jederzeit im Prinzip übergeben, aber meine Kinder sind im Unternehmen, sie haben Aufgaben, sie können alles entscheiden. Nur ist es bei uns so Usus, dass wenn ich etwas wissen will, weil da mein Sohn oder meine Tochter mehr Ahnung haben, dann frage ich die. Und wenn die etwas wissen wollen, weil die wissen, dass ich das schon lange mache, dann fragen sie mich. Wir fragen uns gegenseitig und so wird das im Unternehmen praktiziert. Ich habe ja fast, bis auf eine Person sind alle leitenden Personen Lehrlinge gewesen. Das heißt, diese wurden bei uns ausgebildet, in ihren Stärken weitergeführt und sind heute führende Angestellte. Und eine Person, die ist erst mit 40 gekommen, aber die ist auch schon über 25 Jahre bei uns. Die bleibt jetzt länger als die Rente. Es ist normal, hätte ja ins Rentenalter gehen sollen, aber die bleibt gerne, weil wir ein Familienunternehmen sind, weil wir im Prinzip zusammengehören und weil wir uns gegenseitig brauchen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, die Nachfolge wird bestimmt bei uns, ich sage mal selbstverständlich, sind drin. Ich kann abgeben und ich bin froh über alles, was andere machen, ohne mich zu fragen. Herr Bayer, Sie haben schon viele Unternehmensnachfolgen auch begleitet. Glauben Sie ihm das, wenn er jetzt sagt, ich kann abgeben? Oder sehen Sie da die große Beraterwarnleuchte anspringen und sagen, oh, also das, was Trigerma da macht, das wird ein Problem irgendwann mal erzeugen? Ja, aber ich glaube, Herr Grupp hat gerade einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen, der in den Fällen, wir kennen ja gescheiterte Nachfolgeregelungen aus der Presse, tatsächlich relevant ist. Die Nachkommen sind in dem Unternehmen integriert, übernehmen, so wie ich es verstanden hatte, auch zunehmend Führungsaufgaben, wachsen also in die Rolle rein. Das bringt eine ganz andere Konstellation mit sich, als wenn man die nachfolgende Generation von außen ins Unternehmen einführt, sofort in die Führung bringt und sie dann allein lässt. Das ist wahrscheinlich sogar der gefährlichere Weg. Oder aber, dass man tatsächlich reine Erbengenerationen praktisch züchtet und vorhält, die dann auch mit dem Unternehmen gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und bei denen ein großer Unterschied ist zwischen Unternehmen und Familie. Und das scheint mir hier gerade nicht der Fall zu sein. Hier scheint Unternehmen und Familie sehr eng verzahnt zu sein und dementsprechend das Risiko gering. Ist es denn tatsächlich so, dass Ihre Kinder das Zepter übernehmen wollen? Beide? Oder was haben Sie dort für eine Regelung in der Nachfolge organisiert? Beide dürfen sie übernehmen. Beide können sie übernehmen. Weil ich natürlich sage, bevor ich sage, meine Kinder sind dumm und können das nicht, das wäre ja ein Eingeständnis, das für mich selber zur Schande wird. Denn wenn ich sage, die Kinder sind dumm und angeblich sei ich ja gescheit, denn ich führe ja das Unternehmen, dann wäre das ein Armutszeugnis, denn normal müssten sie meine Gene haben und wenn sie die nicht haben, dann hätte sie ein anderer gezeugt und dann wäre es noch schlimmer. Deshalb sage ich, also im Prinzip, meine Kinder, man muss sie nur machen lassen und die dürfen das und die können das. So, nur habe ich entschieden, und das ist ein Wunsch von mir und so habe ich es testamentarisch festgelegt, dass nur ein Kind die Firma kriegen sollte, weil die sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten sollten. Weil ich in allen Familien feststelle, dass wenn gestritten wird, wird ausschließlich um Geld gestritten und man gibt es lieber den Rechtsanwälten oder den Beratern, bevor man es der Schwester oder dem Bruder gibt. Und deshalb meine Kinder, die haben ein wunderbares Verhältnis zusammen und die wissen das und sie wissen, ein Kind kriegt die Firma, die können beide darin arbeiten und so ist es auch bei mir. Meine Frau ist nicht beteiligt, meine Kinder sind nicht beteiligt, es gehört uns aber indirekt allen. Jeder kriegt alles, was er will, ich stehe für alles gerade, aber ich habe die alleinige Verantwortung und ich muss entscheiden. In dem Moment, wo zwei Kinder beteiligt sind, dann gibt es in den Entscheidungen nicht mehr die schnelle Entscheidung, die gefällt werden muss in vielen Situationen. Und das wäre fatal, außerdem weiß ich nicht, wo die Partner meiner Kinder herkommen, die sind alle noch frei. Warum ist das wichtig? Das ist ganz wichtig. Wenn ein falscher Partner in eine Familie kommt, dann könnte das fatal werden und das werde ich meiner Frau nicht antun. Deshalb habe ich gesagt, sie ist die Überlebende, sie ist knapp 25 Jahre jünger und dann ist es richtig, dass sie entscheiden muss, wenn ich nicht mehr da bin, welches Kind es bekommt. Und da kommt es darauf an, wenn ein Kind nach Amerika heiratet, dann können sie die Firma nicht führen. Das wird alles entschieden, wenn es soweit ist. Fatal ist nur, wenn ich von der Haftung spreche, dass mir jetzt unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gesagt hat, Herr Krupp, dann würden Sie als Vollhaftender zigfache an mehr Abschaffsteuer zahlen, als wenn Sie aus der Haftung gehen. Und das ist für mich fatal, dass ich als Vollhaftender für alles gerade stehe, dass dann meine Kinder mehr Steuern zahlen müssen, als wenn ich alles in GmbHs verteile. Das habe ich gesagt, das darf doch nicht sein. Und deshalb werde ich jetzt, ich werde sie nicht wandeln aus der EK, ich werde sie in eine OHG wandeln, aber erst in zwei Jahren, wenn wir aus der 100 Jahre überstanden haben sozusagen, weil ich vorher das nicht machen wollte. Aber das ist für mich ganz fatal, dass ich eine andere Rechtsform wählen muss, um im Prinzip weniger Steuern zu zahlen, als normal müsste es umgekehrt sein, dass ich als Vollhafter, und wenn die Kinder auch die volle Haftung übernehmen, weniger Steuern zahlen als die anderen. Und das ist nicht so. Aber da läuft auch etwas schief. Ja, das ist ein konstruktiver Fehler im Erbschaftssteuergesetz. Das ist tatsächlich auch mehrfach schon angesprochen worden, aber hat bisher zu keiner Veränderung geführt. Also das ist konsequent. Wenn Sie sagen, beide können die Nachfolge antreten, wollen es denn auch beide? Beide würden es machen. Das ist nur die Frage, die kennen ja ihre Partner noch nicht. Jetzt stellen Sie sich vor, meine Tochter würde jetzt einen Unternehmer heiraten, der eine Firma irgendwo im Rheinland hat oder im Ausland hat. Dann ist sie so erzogen, dass sie selbstverständlich sagt, das ist mein Mann und zu dem ziehe ich. Dann kann sie die Firma nicht führen. Aber beide können sie und ich sage ganz offen, wenn einer die Firma niedermacht, dann dulde ich nicht, dass es ein Manager ist, dann bin ich stolz, wenn es meine Kinder sind. Deshalb sage ich, wenn meine Kinder an meinem Grabe stehen würden und sagen würden, Papa, du hast uns nichts zugetraut. Du hast Testamentvollstrecker, Manager, alles Mögliche eingesetzt. Uns hast du nichts zugetraut. Jetzt haben die alles niedergemacht. Dann würde ich mich im Grabe umdrehen und sagen, was für ein Rabenvater war ich, den eigenen Kindern nichts zuzugestehen, den Fremden alles. Wenn sie aber am Grabe stehen und sagen, Papa, du hast uns alles zugetraut und alles übertragen. Jetzt haben wir leider alles niedergemacht. Dann würde ich mich erheben und sagen, stolz bin ich, dass ihr es wart, meine Kinder und nicht die Manager. Ja, dann würde ich Ihnen ganz gerne das Schlusswort geben. Ist es das, auf was es letztendlich ankommt, das, was wir da draußen in der Wirtschaft brauchen? Ja. Also da lässt sich nicht so arg viel mehr hinzusetzen. Also ich denke schon, das zeugt von einer Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten. Das zeugt auch von dem Verständnis dessen, was heißt, Unternehmer zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Von daher sicher eine einzigartige Persönlichkeit. Herzlichen Dank. Darf ich noch eine kleine Anmerkung machen? Sie haben vorher gesagt, Manager und Unternehmer. Da sehe ich keinen Unterschied. Es gibt tolle Manager und es gibt tolle Unternehmer und es gibt Versager in der Managerseite und Versager in der Unternehmenseite. Wenn ich an Herrn Maucher von Nestle denke, der leider ja verstorben ist, ein toller Manager. Deshalb sage ich, wir dürfen nicht sagen, die Manager sind im Prinzip eher schlecht und die Unternehmer sind eher gut. Das war nicht die Aussage, es sind andere Kompetenzen. Aber so ähnlich habe ich es verstanden. Es muss so sein, wir brauchen die Verantwortung zurück in die Manager und in die Unternehmer. Dann haben wir das, was wir wollen. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wir werden sicherlich danach noch weiter diskutieren, wie Sie sich vorstellen können, liebe Zuschauer. Es hat mich sehr gefreut. Kai-Christian Weig, Wolfgang Grupp, mit Ihnen diese Sendung hier schriftlich zu haben. Herzlichen Dank auch meinem Zuschauerpublikum. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit hier bei der Chefsache Business Lounge. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Dann werden wir den Oberbürgermeister von Friedrichshafen zu Gast haben, der ein doch recht ungewöhnliches Amt hat. Denn er ist nicht nur sozusagen der oberste der Verwaltung der Stadt Friedrichshafen. Wir sprechen mit ihm über das Thema Good Governance. Sondern er ist auch im Aufsichtsrat eines der größten Automobilzuliefererunternehmen, welches wir in der Region haben. Von daher sollten Sie nicht verpassen. Bis dahin alles Gute. Tschüss. 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 Vielen Dank.